Ah, da ist es insgesamt. Okay, da hast du noch nicht. Okay, das ist davor. Eine Stunde. Stunde 41. Ähm, bei mir sind das jetzt. Ja, Stunde 41. Ah, ne ich ja. Oh, wie geil das aussieht, wenn du dich das auffüllst. Ja, zwei Stunden 41 sind das jetzt zusammen bei mir, ne? Ja, ja. Können wir jetzt noch 19 Minuten oder so machen. Ja, dann haben wir drei Stunden. Passt das. Passt das. Also die erste Etage ist hier gleich fertig. Macht er eh 10 Minuten Parts jetzt dann raus? Ja, ich hau so 12 Minuten Parts raus. 12, 13 Minuten. Ja, so. Ja, oder sowas. Und das, äh, deswegen kam ich auch letztens auf 32. Ja, manchmal. Ja, manchmal. Ja, manchmal wieder so 12, 13 Minuten, dann hast du nachher am Ende wieder eine Minute, oder eine Minute, die irgendwo, wenn der irgendwo Fehler liegt, oder weil du da falsch geschnitten hast. Ja, du. Ja, dann musst du halt ein paar... Schlecht. Ja, ich hab nicht so schön und der macht das alles automatisch zum Schneiden. Ja, ich hab auch nichts, was er automatisch macht. Ja, bestimmt kannst du es aber einstellen, stimmt. Nein. Sicherlich. Ich mach das immer noch gucken, sodass ich auch nicht jemanden gerade beim Labern unterbreche. Ach, das ist es mir. Nee. Nee, nee, nee. Das hab ich nicht so... Das hab ich zu Anfang auch gemacht, aber mach ich nicht mehr. Achso, Hebel können schon mal dran. Ich schneide dann, wenn der ausgesprochen hat. Was manchmal dann noch fatal ist, wenn das dann so lange dauert. Ja, dann geh ich nur ein bisschen davor, bevor er angefangen hat zu labern. Ja, dann labert er eine halbe Stunde durchgehend. ja wenn er gerade aufgehört hat was zu sagen ja wahrscheinlich da mache ich nämlich die dusche fertig oder so das können wir auch sparen auch vielleicht ein paar tanks sind wichtig ist das das kann ich auch schmelze ich schlafe direkt neben den kühlen schlafen immer diese schläfer ich hab keinen bock dass er mit einem zombie rennen kommt um mich näher warum nicht warum nicht mich auch ach so ich mache erst mal das fertig dann habe ich das auch schon was brauchst du denn dafür eine zelle eine zelle das kostet längst aber ich kann den eigentlich ab da schon so viel packet von dem kackzeug drin ist natürlich ein bisschen blöd wo kommen diese verfügten schüler schul nachher stil oder pick iron das habe ich auch irgendwie noch aber wenn ich mache schankt neu laden dann fängt das schon blöd manchmal mit den f3 aber jetzt geht es geil ich habe mich schief mit erreicht ich habe eine verkwünsche gemacht das ding gold hier im inventar ein gold hier rein kupfer rädchen stein rädchen rot rädchen ok muss man einfach noch überlegen wie ich das dann macht dass man der hoch und runter kommt vielleicht elevators setzen haben wir ja da sind aber nur die ec2 elevators die ep kosten die strom kosten oder die blut elevators wir haben nicht die bei skytech die dinge habe ich schon nachgeguckt ok deswegen open blocks elevator kann ich gerade nicht nachgucken elevator track ok das denn elevator track wir haben die ganz normalen elevators mit wolle und enderperle aber die kosten oder nicht ich glaube die kosten ep ja toll aber nicht wenn es so ist wie tech town äh beim tech keine ahnung was tech world davon deep tor deep tor ja aber ich glaube das kannst du ausschalten ja das kannst du eigentlich ausschalten so jetzt bekommt erst mal euren wieder wie kriegst du eigentlich alles strom nachher durch marco sebe kacken ich habe ja letztens mal geguckt eigentlich wegen der höhe einstellen für den elevator weil das geht ja eigentlich aber ich habe da nichts gefunden gehabt normalerweise kannst du einstellen wenn die 16 können dann reicht das ja jetzt kommt da noch so lange man da noch einfach so lange er kann achja eigentlich das irgendwas ich machen wollte mit dem extraktor wurde diesmal auch nichts draus aber dafür muss ich die räume dementsprechend auch erstmal fertig machen dass das nicht wieder so höherlos zur hygiensteht achso ich muss hier noch was umstellen ach du scheiße disabled disabled okay okay ich wollte mal wie das zu anfang erstmal nur so mit dem raum gemacht dass wir auch erstmal die ärzte haben guten alten ärzer und was macht WTF da? haut einfach das armee system in die wand rein ich fand das lustig erstmal schon platz verbrauchen ja wir haben für jeden raum riesen viel platz ne ihr kümmelt euch da in so kleine eckchen wir fühlen da voll lustig wieso ich mach ich ich hab doch extra räume ausgehoben jetzt dementsprechend ja ich hatte sowieso voller's größer zu bauen weißt du du kennst mich ja ja auch du weißt das ja bei mir sonst keine chance ich mach immer so das zu anfangen dass wir schon rohstoff haben zu bauen und alles naja musst du auch also wie gesagt ich hab ja auch noch rohstoffe hab ich noch genug bin ich auch noch froh oder noch überleg mal durch die ganzen äh diamanten die ich da jetzt gekriegt hab konnte hab ich mir erstmal eine normale enderquerie gemacht diamanten sind wohl immer wichtig wegen der query wegen der query ja aber die sind nicht zu wertvoll ja aber nicht wertvoll aber um ne query zu machen braucht man die einfach hollte die eigentlich dieses mal nicht das laser system machen welches laser system für die chipsetze nein ne dafür brauchen wir mal pink slimes ach so das ist noch das wird auch noch so 1 2 3 stunden dauern wenn da wieder so ein fehler auftaucht wie hier dann ist das sowieso mhm ich glaub ich würd dann auch nochmal provisorisch so'n laserraum machen oder erstmal provisorisch hinstellen ja ich bade auch nein weil wegen dieser query plus dafür brauchst du ja ein paar chipsetze ja weil da musst du echt erstmal alles an ihr system angeschlossen haben ja du musst alles automatisieren sonst brauchst du nicht anfangen mit der plus so ich brauch erstmal obwohl man kann das ja auch erstmal kleiner machen so ist das ja nicht kannst ich höre dieses gefäppe von den dingern immer mhm zwei davon ich habe eben schon wieder so ein anderes Schiff hier gehört wie durch wie durch komm kopf komm achso hier so fest oh im age sind ganz viele ja ich weiß habe ich gesehen habe ich gesehen habe ich noch ja gut habe ich noch im winter Alter was mit den Schleims denn hier los machen wir das auch irgendwann nochmal machen mit dieser dark dimensions oder deep dimensions ähm kann man dafür brauchst du ja auch diese ritualen dinger da nur mit der nacht hm ja kann man mal gucken ja was sowieso noch ist ist ja auch das äh black walters wieder mit dem blood magic in dieser oder diese komischen ich weiß nicht Elemente oder so rufen muss oder so kack mhm naja mal schauen erstmal haben wir noch Zeit haben wir noch ein paar hundert folgen noch vor uns und soll das jetzt eigentlich hier hinkommen wo das jetzt steht nö nein ich habe es da nur hingestellt achso weil das auf jeden Fall